was mache ich hier also wirklich jetzt wie was und warum wie läuft das jetzt hier ich muss einen weg finden ich habe keine ahnung wie ich kann jetzt hier hoch das haben wir schon hinbekommen ich kann jetzt hier hoch die das problem was ich mit dieser brücke ja die bringt mir nichts was hat mir das jetzt gebracht nichts ich meine ich kann hier runterspringen darf ich das natürlich nicht moment mal moment mal willst du mich verarschen willst du mich noch mal komplett verarschen ist das dein ernst ich musste mich ich muss mich konzentrieren oder was das war jetzt die lösung okay wir sind nicht sauer ist ein schönes spiel bin ich sauer gar nicht so cool wirklich gar nicht so cool okay nächster versuch jetzt ist die brücke fertig ja die brücke ist fertig das heißt prüfung nummer zwei i did it ist klar die 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 okay lassen wir das was das jetzt hier da spiel ich mit den rum wieder oder was was geht hier ab wo bin ich jetzt gelandet what the fuck wie 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 ich renne ja ich renne ja ich muss die drei ruhen suchen das ist übel und stressig ich muss drei ruhen finden ich bin gestresst und die laber mich hier voll runen runen oder was oh nein 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 ich komme mir nicht zu dir entspann dich ruhe ich konzentriere mich seit leise stimmen ruhe ich konzentriere mich nee das sind nur zwei oder 1 fehlt mir noch wo ist er denn das hatten wir schon ich muss sich konzentrieren ich muss sich konzentrieren ich muss sich konzentrieren ich habe keine ahnung wo ich hin muss oh oh hatten wir schon shit oder doch hatten wir schon nein 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 hier kehrt mich gar nichts entspannt euch hier waren wir schon nichts nichts symbol hatten wir auch schon nur lauf 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 hey hier holt dich niemand entspannt euch das symbol hatten wir auch schon welches symbol fehlt noch welches fehlt denn noch da das y echt jetzt hab ich das nicht gerade gesehen oh mein gott vierter tot nicht gut das ist gar nicht gut zittert als tot ja das zittert als tot ich muss alle ruhen nochmal suchen schwein ja ich muss doch die stimmen sind nervig ich habe es gerade nicht aufgesammelt ich hatte das schon die ganze zeit die schwein rohe stimmen Der ist nah, der ist nah. Verfolgungsaction mag ich gar nicht. Stehe ich nicht drauf. Äh, der ist hinter mir. Oh mein Gott, ist der nah. Oh mein Gott, das ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Ganz unangenehm. Lauf, 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 lauf. Warum hängst du, warum hängst du, warum hängst du, warum hängst du, warum hängst du? Warum hängt der denn? Hallo? Ach, Mann. Tod Nummer 5. Ich hatte nur noch 4 Leben, ne? Ich spiele natürlich nochmal, sage ich ganz ehrlich. Wenn ich tot bin, bin ich tot, nur, ist klar. Ich spiele das Spiel nicht nochmal. Ja, ich kenne das Spielchen. Zwei links und eine rechts, okay. Hopp, hopp jetzt. Ja, ich move doch away. Mann, man, 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 man. Sieht eher nervig, wirklich. Ah, ja, schrei weiter rum, nerv mich nicht. Eins haben wir. Du hast die falsche Haus, Fuh. Das haben ein Dresslers küssen. Oh, ich habe wieder Bock drauf. Zwei. Der Einzige, der am Dien ist, seid ihr Wechser. Ich sterb hier nicht. Na, wo ist es? Da. Hä? Jetzt habe ich es. Das war's. Oh, oh. Ich muss nur noch zum Haupteingang. Dann habe ich es. Ich muss nur noch zurück zum Haupteingang. Scheiße, wo war der nochmal? Hier. Tür ist auf, ne? Ja, Tür ist auf. Easy. Zweimal gestaumt, unnötig. Ei, ei, ei. Prüfung Nummer zwei. Auch geschafft. Der ist sauer. Der ist sauer, aber wir sind zu gut. Sehr gut, Senua. Prüfung Nummer zwei. Wir haben es geschafft. Dillian? Was hat passiert? Er war anstrengend. Zweimal gestorben, aber sonst? Sie haben mich für die Plague. Sie sagen, dass ich mich kursiert. Was ist, wenn sie richtig sind? Wie würden sie so etwas wissen? Was ist, wenn mein Vater war richtig? Nee, was wenn? So fangen wir gar nicht an hier. So nämlich. Das ist kein Ungeheuer. Hat nur ein paar Stimmen im Kopf. Ist doch kein Problem. Wer hat das nicht? Prüfung Nummer zwei. So. Wie viel müssen wir denn noch? Nichts zwecklos. Wir kriegen ein Schwert. Ihr penntet. Also ihr Stimmen wirklich. Okay, das leuchtet noch. Das heißt, das ist die nächste Prüfung. What if this is the end? Schnauze. Also die Stimmen sind manchmal wirklich hilfreich, aber die sind meistens immer nur böse. Frech sind die vor allem. Abmarsch. Prüfung Nummer drei. Odin, ich komme zu dir. Ist klar. Prüfung Nummer drei. Baldr. Baldr. Baldr Setten. Aber. Da kommt doch immer ein Aber. Das war ein sehr guter Feature. Er sprach fairer Wörter. Er gab fairer Juden. Licht schien von ihm. Nur gute Dinge wurden ihm erzählt. Okay. Er war der erste von den Gästen, die sterben. Ui. Ui. Wo bin ich denn hier gelandet? Das ist ja idyllisch. Oder ich sage nicht ödüllisch. Perfekt. Das ist ja idyllisch hier. Ui. Ja. Das gefällt mir doch. Das hat was. Bam. Aufmachen. Und kick. Sparta und so. Ne. Oder nicht. Schade. Wait a minute. Das mit der Maske ist cool. Und es ist hübsch. Damn. Oh, die Melodie. Ui. Wir brauchen eine Rune, richtig? So ein Stamm mit zwei Ästen quasi. Kann ich hier durch? Ne, ist zu, oder? Ne, ist zu. Das ist ja richtig idyllisch jetzt hier. Was geht denn jetzt ab? Was geht denn jetzt hier ab? Was ist das hier? Oh, das haben wir versteckt, ihr Penner. Geschichte. The Northman. Tell this story about the death of Balder. It begins with dark dreams. Die Melodie. Night after night. Oh, Banger. Banger. So Balder's mother makes everything in the world. Fire, water, fire, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness. Swear, and oath, not to harm her son. One by one, they each make their vibe. Neither weapons nor wood will injure him. Balder's mother boasts. Only Loki, father of Hela, the mistress of death, is not unused. Nein, ach man, jetzt kriegen wir die Geschichte schon wieder zu hören. It begins with dark dreams. Night after night, Balder dreams of his own death and the gods fear for his life. So Balder's mother makes everything in the world. Fire, water, iron, stone, earth, wood, beasts, birds. Ich hab da ne Idee, ja, Moment mal. Muss ich wieder durch die Maske gucken? Vielleicht ist das die Lösung? Maybe, maybe, maybe. Moment mal, Moment mal. Moment mal. Ich hab da so ne Idee. Wir kicken die zweite Dings runter. Ähm, Plattform. Und dann gucken wir uns die Maske mal an. Da, das muss ich nämlich auch noch runterkicken. Und ich glaub, dann kann man wieder durch die Maske gucken, irgendwie so. Ich mach das schon, ich mach das schon. Bin Macher. Die Rätsel, die können mir gar nichts mehr anhaben. Wie viele Odins Prüfungen gibt's? Drei? Vier? Zwei haben wir schon, ne? Boah, drei wären gut, dann hätten wir es durch. Wahrscheinlich werden es vier sein oder so, ne? Ei, ei, ei. Und Spartak hier, komm. Hopp, hopp. Oh, Mann, oh. So, und dann guck mal durchs Meskchen hier. Ja, gut, dass ich's gemacht hab, weil genau das sollte man machen. Hehe. Wunderbar, wunderbar. Ja, ich geh ja through it. Spannt euch. It's not safe. Ihr sagt immer, it's not safe, ihr Penner. Ja, ich find die eine way, mein Gott. Was ist mit euch? Okay, das zu finden, schwierig. Schwierig. Hm. Erstmal Geschichtszeit, ne? Ja, Loki ist halt speziell. Gott, der Täuschung eigentlich, oder? Oh. Hier soll das Symbol sein. Not in this world. No, ist klar. Aber die Symbole zeigen mir, dass irgendwo das Dreieck-Symbol sein soll, richtig? Die Frage ist, wo? Ist mal for real, for real. Oh, Moment mal hier vielleicht. Ich weiß nicht, was Liebe fühlt sich an. Angeblich soll das hier sein, oder nicht? Ey, die Frage ist noch wo. Ich geh mal hier durch, was soll schon passieren? Das ist nicht das Symbol, Scheiße. Die Tür könnten wir aber auch aufmachen. Na, man muss jetzt mit diesen Masken spielen. Das ist ja richtig übel. Kann ich hier irgendwo lang? Kann ich sogar. Bringt mir das irgendwas? Ist das so? Okay. Wie können die Gäste uns verstehen, wenn sie sich selbst sterben? Alles klar. Danke für das Gespräch. Wir werden wieder mit der Maske spielen müssen, denke ich. I think so. Jetzt ist immer nur die Frage, mit welcher Maske. Das Tor ist jetzt hier zu, richtig? Yep, das heißt, wir müssen auf jeden Fall mit dieser Maske spielen, denke ich. Mit der hier vorne. Denke ich mal. Ach, die Melodie ist so cool. Die Atmosphäre stimmt auf jeden Fall sehr. Und nochmal. So. Ist jetzt nicht mehr so atmosphärisch hier. Menno. Wir suchen nach wie vor dieses Scheiß-Symbol. Die Tür ist wieder auf, richtig? Richtig. Aber ich habe die Tür links auch aufgemacht. Ja. Na, wir gehen mal von hier gucken. Meine Sekunde. Die müsste auch aufsehen, ist er nicht. Ja, okay. Dann doch rechts lang. Wir brauchen nur dieses Symbol. Dann habe ich es geschafft. Oh Gott, da habe ich mich erschrocken über den Blitz. Junge, Junge, Junge. Macht doch sowas nicht. Okay, nee, man kommt da nicht rein. Ohne die Maske. Also muss das Symbol hier sein. Richtig. Ich sehe es halt absolut nicht. Ja, das ist ja witzig, ja. Ich muss irgendwas übersehen. Ja, ja.